Norddeutscher Rundfunk 2021 Wie sind's im wievielten Monat? Sechsten Monat. Er lebt ganz fort! Roman! Wie sicher ist das denn? 98 Prozent. Ich möchte ganz konkret wissen, was wir jetzt tun können. Man kann das nicht beeinflussen. Was machen wir jetzt? Dein Bruder ist schwer krank, wenn man macht die Natur solche Sachen. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht? Das Kind nicht zu bekommen? Was? Wie redest du mit deiner Mutter darüber, aber nicht mit mir? Ist das deine Entscheidung oder unsere? Was? 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 Was?